Ja, gerade eine interessante Sendung. Durchgeklickt erstmal. Morgen mehr dazu. Und zwar wurde da überlegt, wie weit der MSRSA, sagen wir also Krankenhauskillerkeim, eigentlich die wahre Corona-Todesursache in vielen Fällen sein könnte. Das heißt also, zwar dann heißt es Corona-Tote, aber in Wirklichkeit die medizinische Behandlung, die Leute mit einem Krankenhauskillerkeim infiziert hat, der dann den entscheidenden Todesstoß gegeben hat, sozusagen. Ja, interessante Überlegung, ja, denn das haben wir ja sowieso immer auf dem Schirm, wie weit Medizin auch durch die Krankenhauskillerkeimer tötet. Ja, und der Arzt, der sich in der Sendung äußert, irrt sich ganz sicher, denn er sagt ja, ja, das verursacht doch nur Kosten, diese ganzen Krankenhauskillerkeime und so weiter. Und er versteht nicht, gerade weil diese Killerkeime Kosten verursachen, bringen sie nämlich für die Medizinindustrie Geld. Denn bezahlen tun das doch nicht die Ärzte, die Kosten, sondern die kriegen doch das Geld von den Patienten oder den Krankenkassen, ja. Und deswegen macht man fast nichts, um die Killerkeime zu stoppen, ja, weil sie eben Geld bringen, ja, nochmal die Logik, ja. Also stellen wir uns hier vor, unter Bedingungen von Markt und Arbeitsteilung, stellen wir uns also hier einen Arzt vor, der Killerkeime bekämpft und Killerkeime als Krankheitsursache und Kostenverursache ausscheidet, aussondert. Und hier einen Arzt, dem das nicht so wichtig ist, der darüber hinweg geht und das einfach so nimmt, wie es kommt und so weiter, ja. Und der wird natürlich viel mehr Umsatz machen, denn er wird immer dadurch Geld verdienen, dass er auch noch zusätzlich die Gelder verdient, die durch die Krankenhauszusatzinfektionen verursacht werden, ja. Und dadurch kann er zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei U-Enkel und eben eine Großfamilie der Medizinprofessoren begründen, während ein solcher gewissenhafter, guter Ausnahmearzt sozusagen aussterben wird. Und das ist eben die ganze Logik des Ganzen, ja, dass also unser System regelrecht Evolutionsverläufe hervorbringt, wo sich Irrtümer als gewinnbringende, karrierefördernde und vorteilbringende Irrtümer dann herausstellen und deswegen uns alle schädigen. Und deswegen brauchen wir ja auch das Planwirtschaftliche Schutzdach, zum Beispiel mit Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten, die über alle Verdienstzuschläge für alle Berufsbereiche entscheiden, sodass dann also die Wirtschaft gelenkt wird, menschenfreundlich und umweltfreundlich, umweltschonend und menschenfreundlich zu werden. Und das geht aber nur über die nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort. Ja, dann war eine Sendung mit Professor Hockertz, wie gesagt, ich konnte sie bis jetzt nur überfliegen. Und er sagt also nochmal zum Schluss ganz deutlich, es sind einfach keine Beweise dafür, eine Killer-Virus-Hypothese, ja, und wie gesagt, das ist ja auch unser Standpunkt, uns fehlen einfach die Beweise. Ja, und dann fällt uns eben auch als Naturwissenschaftler immer wieder auf, ja, wieso kommen immer wieder, sind es immer nur Mitarbeiter der Medizinindustrie, die selber daran Geld verdienen, also ein Interesse daran haben, die sagen immer, dass sie Fälle kennen von Corona, ja. Aber alle anderen Leute, komischerweise, fast alle anderen Leute eben nicht, die sagen immer im Bekanntenkreis, ich höre nichts, ich höre von niemandem, der Corona hätte und so weiter. Niemand im Bekanntenkreis hat quasi kein normaler Bürger kennt Fälle, aber dass natürlich die interessierten Mitarbeiter der Medizinindustrie sich immer sorgenvoll äußern, ist doch ganz selbstverständlich, ja. Das ist ja gerade die Logik unseres Wirtschaftssystems, dass eben wer sich sorgenvoll äußert und dann den Leuten Angst macht, weil er eben die Fälle in dramatischer Form schildert und dabei gar nicht erkennt, wo er selbst zum Beispiel über Krankenhauskillerkeime die Dramatik erst selber erzeugt, eines Krankheitsverlaufes, ja. Aber sozusagen, ja, da ist eben der entscheidende Punkt, dass es hier um Geschäftsinteressen geht. Und natürlich, wenn ich Geld dadurch verdienen kann, dann äußere ich immer Besorgnis und dann schildere ich immer Corona-Fälle in den dramatischsten Farben und in Horrorvarianten. Bolsonaro, ja, über ihn wird gehetzt die ganze Zeit, obwohl er schon längst gesagt hat, dass er wieder kerngesund ist und sich topfit fühlt, wird das natürlich genutzt, um gegen ihn zu hetzen. So, von wegen, ja, der ignoriert Corona und jetzt hat er es selber gehabt, ja, aber es war auch gar nicht schlimm. Für einen 65-Jährigen hat er das locker weggesteckt und damit hat er jetzt nochmal die Erfahrung gemacht, dass Corona eben kein Killer-Virus ist, sondern eine kräftige Grippe. Und die hat ihn eben jetzt auch mal erwischt und jetzt weiß er umso genauer, dass es nichts Dramatisches ist, ja, sozusagen. Schluck Wasser. In Serbien, da wurden Bilder gezeigt, gewaltbereiter Proteste gegen die Ausgangssperre, ja, weil, ja, mittlerweile den Leuten fehlen die Beweise und wegen, die lassen sich halt keine Ausgangssperre gefallen für nichts. Nur weil dann eben die Medizin- und Pharmaindustrie mal wieder ein paar Impfungen verkaufen möchte und dafür sozusagen die Dramatik-Atmosphäre aufrechterhalten will. Ja, und dann eine andere Sendung sagt, so eine Aussage wie, ich kann es jetzt nicht genau nachprüfen, aber die Zahlen ungefähr sind so, Also 99,99 Prozent der Weltbevölkerung sind nicht an Corona gestorben, obwohl Corona durch die ganze Welt geistert, ja. Also das heißt, stellen wir uns nochmal vor, was Pest bedeuten würde. Pest würde bedeuten, dass ungefähr 33,33 Prozent der Bevölkerung jetzt als Tote darliegen würden. Aber, wie gesagt, 99,99 Prozent der Weltbevölkerung sind nicht an Corona gestorben. Warum sind nicht, eigentlich müsste es heißen, nur 66,66 Prozent haben Corona überlebt, sozusagen, ja. Aber faktisch ist, 99,99 Prozent der Weltbevölkerung sind nicht an Corona gestorben. Und das sagt doch schon alles. Also ich kann doch nicht wegen so einem kräftigen Grippevirus nicht quasi die ganze Zukunft Europas aufs Spiel setzen und der gesamten Wirtschaft aufs Spiel setzen, ne. Ja, und dann ist natürlich auch logisch, also wenn wir, 2018 hatten wir 2.500 Wintertote, also ist doch egal, ob sie an Grippe gestorben sind oder aus welchen der 50 Winterviren sie nun gestorben sind. Aber 25.000 typische Wintertote, ja. Und wenn, dann hätte man dieses Jahr einen Zielschuss auf diese 25.000 tun sollen, denn man hätte sich immer klar sein müssen, jeder Versuch künstlich unter den 25.000 Wintertoten zu bleiben, dafür wird ein zu hoher Preis gezahlt. Weil, weil man dann quasi zu viele Maßnahmen macht, diese Maßnahmen zu viele Schäden anrichten und wir haben es, glaube ich, im Moment haben wir angebliche 8.000 Corona-Tote sozusagen und das ist zu wenig, ja. Dafür hat man zu viel Schaden angerichtet. Man hätte immer gezielt darauf hingehen müssen, dass man ungefähr wieder die 25.000 erreicht und dafür hätte man eben die Maßnahmen so weitgehend zurücknehmen müssen, dass man eben in dem normalen Level liegt von 25.000 Wintertoten. Die Idee jetzt, die ein verrückter Mediziner natürlich geäußert hat, nämlich jetzt quasi jeden Winter dafür zu sorgen, dass gar niemand stirbt, das grenzt an Wahnsinn, ja. Das ist quasi so nach dem Motto, wir können Milliarden als Medizinindustrie verdienen, wenn wir das normale Sterben versuchen zu verhindern. Also wir müssen uns nochmal klar sein, im Winter sterben innerhalb von 150 Tagen ganz normal in Deutschland circa bis zu 450.000 Tote, ganz normal. Und davon sozusagen so den Winterberg wegzunehmen und also das Ganze um jeden Winter dann 25.000 weniger sterben zu lassen, ist ein wahnsinniger Versuch, weil das riesige volkswirtschaftliche Schäden und Kosten verursachen würde. Und die einzigen, die davon profitieren würden, wäre die Medizin und Pharmaindustrie, die würden dann gesellschaftsbeherrschend und würden quasi die einzige Industrie, die am Ende noch übrig bleibt, wenn alle anderen Industrien zerstört sind. Am Ende haben wir nur noch Medizin und Pharmaindustrie und sind alle pleite und sind alle total verarmt, weil wir nur noch leben, um Medizin zu bezahlen. Und das ist mir klar, dass ein Mediziner solche feuchten Träume haben kann, sozusagen von solchen Dingen zu träumen. Aber wir müssen gucken, dass wir jeden Winter schön brav unsere 25.000 Wintertote haben und nicht künstliche Maßnahmen tun, um sozusagen das normale Sterben zu verhindern. Und wir sollten lieber uns damit beschäftigen, die 400.000 jährlichen ernährungsbedingten Toten zu reduzieren. Da haben wir wirklich was davon, weil die Leute dann, anstatt sowieso mit 80 zu sterben, die dann wirklich 127 werden können. Und wenn die dann auch bis ins hohe Alter noch berufstätig sind, weil es Spaß macht, so wie auf Okinawa die 110-Jährigen noch vor wenigen Jahrzehnten noch alle gearbeitet haben und am Arbeitsleben teilgenommen haben, ja, dann ist das auch kein Rentenproblem sozusagen, entsteht da auch kein Rentenproblem. Ja, also, dann, ganz generell muss man sagen, zum Corona-Ausschuss, ja, übrigens wieder im Hinweis, es gibt zwei Corona-Ausschüsse, also ACU 2020, also der Außerparlamentarische Corona-Ausschuss mit Dr. Bodo Schiffmann und so weiter und der Corona-Ausschuss, ja, das sind zwei verschiedene, bitte beide googeln, ja. Ja, und dabei muss man nochmal ganz klar sagen, also generell ist es so, Ärzte könnten es sich doch alle ganz leicht machen. Wir nehmen das Geschäft mit Corona einfach mit, impfen die Leute auf Teufel komm raus, kriegen dafür unser Geld und machen Testen auf Teufel komm raus, kriegen dafür unser Geld, machen teure Behandlungen, kriegen dafür unser Geld, machen die ganzen, wie heißen sie, die ganzen Intensivbetten voll, das gibt Schweinegeld und so weiter, dafür kriegen wir Boni dann im Krankenhaus und so weiter. Wir könnten das doch alles mitmachen, aber eben zum Glück gibt es eben Ärzte, die sagen, nein, Profit ist nicht alles. Wir wissen, dass es ein Problem ist, dass unsere Medizin, unser Gesundheitssystem Fehlanreize hat, die uns alle dahin lenken, alles zu machen, was Profit bringt, aber wir sind eben auch, fühlen uns auch verpflichtet der Wahrheit und unserem hypokratischen Eid und unserem Nil-Nozere, also nicht Schaden und so weiter, keinen Schaden zufügen und so weiter und deswegen sagen wir, da stimmt was nicht. Es gibt keinen klaren Beweis für einen Killer-Virus sozusagen. Und das sind diese gewissenhaften, guten Ärzte, dass die Masse der Ärzte natürlich mitläuft und das Geschäft einfach nur mitnimmt sozusagen, ist ganz selbstverständlich. Ja, aber und seit 40 Jahren verfolgen wir eine öffentlich-rechtliche Fernsehsendung nach der anderen, die ganz klar sagt, da stimmt was nicht im Gesundheitssystem. Diese Fehlanreize der finanziellen Art lenken die Medizinindustrie daran, zu viel zu operieren, zu viel zu diagnostizieren, zu viel zu behandeln, zu viel Medikamente zu verschreiben und so weiter. Und das ist nicht in Ordnung. Und seien wir doch froh, dass wir überhaupt so gute Ärzte haben, die sagen, ja hoppla, wir sollten nicht alles machen, was Geld bringt, ne, Schluck Wasser. Und diese Ausnahmeärzte wie Dr. Schiffmann, Hockertz, Professor Hockertz und wie sie alle heißen, ja, Professor Bakhti, seien wir doch froh, dass wir Professoren haben, die an die Patienten denken und nicht nur ans Geld denken und so weiter. Ja, und seien wir doch froh, dass wir auch bei den Next Scientists for Future solche guten Ärzte haben, die eben sagen, na, Geld ist nicht alles, sondern wir sind auch der Wahrheit und der Menschendienlichkeit auch verpflichtet und müssen die über den Profit stellen, auch wenn der Profit noch so sehr lockt. Ja, und es muss doch möglichst viele Infizierte geben, sonst werden wir doch nie immun dagegen. Also das ist doch eine Überlegung, ja, müssen wir uns doch klar sein. Anstatt uns jeden Abend in der Tagesschau und in heute, in der altmodischen Tagesschau, unwissenschaftlichen Tagesschau und heute Sendung aufzuregen, ah, es gibt wieder ein paar hundert neue Infizierte. Ja, es muss doch möglichst viele Infizierte geben, sonst wären wir doch nie immun dagegen, ja. Wir müssen doch, das müssen doch endlich möglichst viele Menschen dem Virus begegnen, damit wir endlich eine Herdenimmunität bekommen, als ob man ein weltweit überall rumwanderndes Virus grundsätzlich vermeiden könnte. Also es wird so getan, als ob man eine Lösung finden könnte darin, oh, hoffentlich begegne ich dem Virus nie. Das wird nicht passieren. Jeder Mensch wird diesem Virus irgendwann einmal begegnen, ja, weil es überall rumgetragen wird, ja, sozusagen. Also sollte man einfach nur gucken, wie es ja die einzig richtige Überlegung ist, dass man sollte halt gucken, dass sozusagen nicht zu einer Zeit 50.000 Schwerstkranke auf einmal auftauchen. Ja, sozusagen. Aber Infektionen sind doch keine Schwerstkranken. Wir brauchen viel mehr Infizierte, damit wir das möglichst schnell hinter uns haben. Aber gut, dann könnte man ja die Impfung nicht mehr verkaufen, ne. Also, ja, wie gesagt, also ohne böse Absichten zu unterstellen, aber natürlich wird man natürlich in der Pharmaindustrie schon irgendwo auch hoffen darauf, dass man seinen großen Verkaufserfolg noch feiern wird können, ne. Ja, also deswegen. Also wir brauchen doch viel mehr Infizierte, ja. Also was man vermeiden kann zum Beispiel, man kann relativ aktiv sowas wie die Tollwut kann man vermeiden, ja. Aber doch nicht ein Massenvirus wie Corona, das über die ganze Welt geht. Also ich denke, es wird niemand schaffen, trotz all des Theaters, das angestellt wird, dass man das Virus generell vermeidet, ja. Und so diese Idee jetzt noch, noch viele Monate das Virus zu vermeiden und dann eine angeblich harmlose Impfung zu bekommen, wodurch man dann geschützt sei gegen das Virus. Naja, gut, das ist halt der Traum, ja. Aber wie weit dieser Traum nur irgendeine Realität hat. Also und vor allem, was ist dann, wenn der nächste Grippevirus ein Tick schwerer ist als der Coronavirus? Dann stirbt doch der Mensch dann eben dann an diesem Virus, ja. Also und diese Idee, dass das Corona ein Ausnahmeaggressives Virus sei oder aggressives Virus sei, das ist ja eben, ja. Warum sind denn eben 99,99 Prozent der Weltbevölkerung bisher nicht an Corona gestorben? Warum sind denn nicht mal wenigstens 5 Prozent, 10 Prozent, 20 Prozent an Corona gestorben? Sind aber nur 99,99 Prozent sind eben nicht an Corona gestorben? Und das zeigt doch, dass sozusagen, dass Viren in der Gefährlichkeit von Corona massenhaft auftauchen und jederzeit wieder auftauchen können. Und wenn jemand jetzt geimpft wäre gegen Corona, dann wäre ein Jahr später gegen das nächste aggressivere Grippevirus wieder nicht geschützt. Und würde dann halt daran sterben. Also was soll das Theater? Ja, also alles überzogen und unrealistisch, ne? Ja, und wie gesagt, Lauterbach ist irgendwie offensichtlich gegen Fußballzuschauer oder irgend sowas, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ganz weiß Russland müsste jetzt doch tot sein, weil die haben Fußball mit vielen Zuschauern gehabt. Da müssten sich ja Massenleute gegenseitig infiziert haben und diese müssten dann die Infektion zu ihren Familien gebracht haben. Und ganz weiß Russland müsste doch tot sein. Aber komischerweise sind 99,99 Prozent der Weltbevölkerung nicht tot, obwohl sie Fußballzuschauer hatten. Ja, in Weißrussland zum Beispiel, ja. Ja, dann, dann sozusagen zu Thema, die Fridays for Future schreien ja oft von Climate Justice, ja. Warum ist das so unrealistisch? Was ist daran unrealistisch, dass man weltweite Klimagerechtigkeit will? Wissen Sie, was gerecht wäre? Wissen Sie, was wirklich gerecht wäre? Gerecht wäre, wenn alle, die ursprünglich aus Europa kamen, sich aus Nordamerika und Südamerika wieder zurückziehen würden. Das würde bedeuten, dass wir zwar, was weiß ich, 100, 160 Millionen Nordamerikaner, ursprünglich europäischen Ursprungs und Kanadier, dass die alle wieder zurück nach Europa wandern würden. Das heißt, wir würden in Europa eine Überbevölkerung von 160 Millionen ehemaligen Nordamerikanern bekommen. Dann müssten wir das Nordamerika an die nordamerikanischen Indianer zurückgeben und Südamerika an die südamerikanischen Indianer, die ganzen Brasilianer und so weiter. Die müssten also alle nach Spanien, nach Portugal und so weiter zurück wandern und wir müssten denen diese Länder zurückgeben. Und dann müssten wir alle Schwarzafrikaner, die Millionen Schwarzafrikaner, müssten wir alle nach Afrika transportieren, wodurch die noch eine größere Überbevölkerung dort kriegen würden. Denn die gehören ja da auch nicht an, die stammen ja alle aus Afrika. Und dann müssten wir, wahrscheinlich müssten wir dann noch gucken, was war denn davor noch an Ungerechtigkeiten. Dann müssten wir die ganze Weltbevölkerung hin und her schieben und verschieben und so weiter. Und der Witz ist, das wäre dann vielleicht gerecht. Ja, aber die Masse der Menschen wird das niemals befürworten. Sie werden dafür einfach keine Mehrheit kriegen, dass die Europäer als Völkermörder der nordamerikanischen Indianer das bereuen werden und wieder rückgängig machen werden. Das wird nicht geschehen. Und genauso wenig ist, wenn der Professor Flassbeck in einer Sendung quasi so fordert, dass wir mit Afrika so umgehen sollten, dass wir Afrika nicht nur ausschlachten. Ja, aber das wird niemand tun, denn wir können heilfroh sein, dass im Moment die Afrikaner nicht abgeschlachtet werden, sondern nur durch die europäische Wirtschaft ausgeschlachtet werden sozusagen. Aber zu verlangen, dass jetzt quasi Europa aufhören soll, damit Afrika auszuschlachten, während Amerika und China Afrika weiterhin ausschlachten dürfen. Das kann man, das wird nicht kommen. Da wird niemand für Verständnis haben, sondern die Leute werden sagen, ja warum sollen wir als Europäer Afrika nicht weiter ausschlachten, aber China und USA dürfen weiter Afrika ausschlachten. Nein, also solche moralischen Dinge werden nicht kommen. Handel ist immer auch eine Kriegsform, ja, der freie Handel. Selbstverständlich ist es eine Kriegsform, ja, aber eben sie ist wenigstens milder als das Abschlachten der Afrikaner, ja. Und solche fernsten Liebe, also immer dieses Kümmern um die Entfernten, ja, das ist etwas, das wird keine Mehrheit finden, fürchte ich, denn die Menschheit besteht nicht aus Moralisten, ja. Also hier genetisch, also ich halte es nicht für möglich, dass wir, wir haben nun mal eine Evolution hier, wo der Mensch ist genetisch konstruiert für den Bonobo-Kommunismus, ja. Und das bedeutet, dass man die Kommunen liebt, dass man seine eigenen Kommunenmitglieder liebt, alle, dass man die Nachbarkommunmitglieder liebt, denn da leben die Töchter und die Enkelkinder alle und vielleicht ein Zweiter, da sind dann noch weitere Urenkel und so weiter. Aber sozusagen jetzt zu verlangen, dass plötzlich sozusagen man auch noch Kommunen lieben soll, die 500.000 Kilometer, 2.000 Kilometer, 3.000 Kilometer entfernt sein, das wird von der Masse der Bevölkerung nicht getragen werden, ja. Von daher ist auch so diese Idee, ja, und was man immer wieder hört, Deutschland soll doch mal eben einfach seine Waffenindustrie einstampfen. Ja, wieso? Wieso soll denn Europa sozusagen das Waffengeschäft den USA, Russland und China und so weiter überlassen, warum soll sie nicht auch an diesem Geschäft teilhaben? Nein, wir müssen Frieden schaffen, indem wir unser ganzes Wirtschaftssystem beenden, die soziale Marktwirtschaft als potenziellen Völkermördersystem müssen wir beenden. Und im Rahmen dessen können wir dann weltweit die gesamte Rüstungsindustrie runterfahren und schwer dazu Flugscharen verwandeln. Aber doch nicht immer verlangen, dass Europa einen Alleingang macht, der Europa wirtschaftlich noch stärker kaputt macht. Das sind Selbstmordideen, die man hier in Europa hat. Und irgendwie lieben es viele Leute, auch die Fridays for Future und so weiter, überall liebt man es, sozusagen Ideen zu verbreiten, dass man Selbstmord mit Europa begehen sollte, ja, na, dann liebe Fridays for Future, geht doch einfach nach Afrika und lebt dort und schenkt alles den Afrikanern und so weiter und redet nicht immer davon, dass die anderen Europäer sich ruinieren sollen, um Afrika zu retten. Ja, rettet ihr doch Afrika, ja, also, gut, wie gesagt, unser Angebot mit dem Kohlestopp 2026 noch ist es ja da, aber sozusagen, trotzdem müssen wir ja auch erwähnen, wo die Fridays for Future eben völlig unrealistisch sind. Ja, dann, ja, und dann tobt in den USA immer noch der Krieg zwischen Donald Trump und der Medizinindustrie. Wer ist stärker, wird sich zeigen, ja, also, sozusagen, wird sich zeigen, ja, die Medizinindustrie will natürlich auf Teufel komm raus testen, weil sie die Leute ängstigen will mit der Zahl irgendwelcher Infizierten und überall, und dann habe ich jetzt nochmal so eine Sendung gesehen hier im Internet, ja, nochmal so ganz deutlich, ja, das ist so offensichtlich. Da wird von irgendwelchen Infizierten genannt und niemals wird genannt, wie viele Tests man denn durchgeführt hat, ja. Wenn ich 50 Millionen Tests gestern durchgeführt habe in Deutschland, dann ist doch klar, dass wenn ich auch nur 1% falsch positive Testergebnisse habe, von 50 Millionen hätte ich dann sozusagen 10% wären 5 Millionen falsch positive Tests und 1% wäre 500.000 Infizierte, könnte ich dann ganz stolz anführen. Also, ohne die Zahl der durchgeführten Tests zu nennen, ist doch alle Nennung von Infizierten immer extremst unseriös und antiwissenschaftlich. Ja, und deswegen kann ich nur sagen, als Mitglied der Next Scientists for Future kann ich nur sagen, da sind keine überzeugenden Daten. Überall wird unseriös mit Daten umgegangen und irgendwo fehlt immer noch der naturwissenschaftliche Beweis dafür, dass es sich um ein viel stärkeres Virus handelt als ein kräftiges Grippevirus. Dafür fehlt immer noch jeglicher Beweis und damit erscheinen die Maßnahmen einfach nur unsinnig. Ja, und wie immer, Schlusswort, hier die Liste der Träger von Irrtümern, ja, aber nicht vergessen, diese ganzen sind hier nur deswegen aufgelistet, weil ihre Menge an Irrtümern nicht so groß ist wie die Menge anderer Irrtumsträger. Also, wer hier nicht aufgelistet ist, der ist hier deswegen nicht aufgelistet, weil es sich gar nicht lohnt, über ihn zu sprechen, weil die Menge an Irrtümern so gewaltig ist, dass es sich gar nicht lohnt, darüber zu sprechen. Ja, wie gesagt, heute habe ich noch eine andere große Organisation von Weltverbesserungsansätzen noch mal eingeladen zur Talkshow am 16.07. um 11 Uhr mit Gradido sozusagen. Ja, denn wie gesagt, wir müssen doch einfach über jeden Weltverbesserungsansatz verhandeln und versuchen eben, dass man sagt, dass man gegenseitig sagt, ja, welche Gegenargumente sprechen gegen welche technische Lösung und dann werden wir doch irgendwann ein klares Ergebnis kriegen, wo sich viele darauf einigen können sozusagen. Ja, also das war es jetzt für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald! Tschüssi, bis bald!